Juhu! Ja, das ist ganz normal. Ich bin der Greenbacher Andreas. Ich bin jetzt seit einem Jahr circa beim Bärwein. Ich glaube, dass ich noch nie so viele Projekte gemacht habe, ist das in Graz hier unten für mich mein absolutes Highlight zurzeit. Wir machen hier unten ein Teil Eigentumswohnungen, ein Teil sind Studentenwohnungen. Genannt wird das Ganze die Greenbox. Es ist eine sehr skurrile Fassade, muss man sagen. A la Coupon, Räderplatten, Fundermarkt und sonstige Sachen. Ich finde es einfach cool, dass man da die Gebäudehülle so klasse gestalten kann. Perfekt sind wir da oben gefahren, ja. Ja, und wie man sieht wird in Graz hier unten brutal viel baut und ich bin, muss sagen, froh, dass der Bärwein da einen Baustein hat, weil es ist richtig cool, wenn man überall mit dem kommt. Es ist richtig lässig. Ja, grüß euch. Ich bin der Robert. Ich bin der Projektleiter für die Firma Bärwein. Wir befinden uns jetzt in der finalen Phase. Das heißt, wir machen die letzten Großrauten, Aluminium-Optikplatten von der Firma Fili. Das sind in Summe ca. 3000 Quadratmeter. Die Farbe ist eine Jahre Metallic, welches bei Sonneneinstrahlung die Farbe ein bisschen wechselt. Deswegen ist es damit ein Metallic-Effekt gegeben. Wo es mir am meisten gefreut ist, wenn die Baustein bald ein gutes Ende nimmt und dass wir wieder ein neues Projekt mit neuem Mut angehen können. Was? 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 Was?